Ok, dann machen wir mal eine Probefahrt damit. Ja, wo ich wieder mit meiner Probefahrt machen. Zwischen zwei Autos können wir uns jetzt quasi entscheiden. Es kommt ja auch darauf an, ob sich das Auto gut lenken lässt oder ob es dann die ganze Zeit nur geradeaus fahren kann. Für ein Drag Race ist das Auto wahrscheinlich nicht gedacht, also ich weiß nicht, ob es hier auch Drag Race gibt, es gibt ja so vieles hier. Vielen Dank.